Was ist überhaupt anrechenbares Einkommen auf die Witwenrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. § 97 SGB VI sagt, Einkommen nach § 18 SGB IV, welches der Berechtigte, der Versicherte bekommt, wird auf seine Witwen, Witwer oder Erziehungsrente angerechnet. Grundsätzlich findet eine Einkommensanrechnung während dem Sterbevierteljahr, also der ersten drei Monate, keine Anwendung. Einkommen sind nach dem Gesetz Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen, Vermögenseinkommen und Aufstockungsbeträge und Zuschläge nach dem Einkommensteuergesetz. Die einzelnen Arten der Einkommen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, die unterteilen sich nochmal und dann gibt es dann also viele Untereinkommen, so kann man das sagen. Zumindest steht so im § 18 SGB IV geschrieben. Damit wird es sehr komplex und problematisch und deshalb nutzen Sie einfach unser Angebot und informieren sich auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Lasst du sie in der ersten ответ hin einer dieses Zeige, dieillaht unif Deutsche Leise mit Ihnen die Gründe auch sehr, sehr schade! die ganze Zeit von Era ver cle pertä Surely mancias mit ihr neugt und Active content derived, wenn das Neugt ihr linearció selbst vorstellt? Bis zum nächsten Mal!